was ist da los ich glaube da sind ich guck mal das sind unsere freunde die gerade überfallen worden die liefern sich gerade eine schießerei mit der polizei haben wir einen platten ne ne alles gut alles gut ja herzlich willkommen zurück zu Tanoa Island mit Heino und Kosta so und wir sind immer noch im Tag am Start also wer die letzte Folge nicht gesehen hat ihr was verpasst wir wurden einfach oh lol was ist das denn hier hier will ich wohnen Curry guck mal wir zwei in so einem kleinen Häuschen hier vorsichtig 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 oh jetzt nehmen wir die Hinterroute Kevin vorsichtig Kevin Marit vorsichtig Kosta wir sind da so gut rausgekommen jetzt ich geb mich mit mir selber ja nochmal wollte ich da auch nicht rein ne ich will auch nicht nochmal rein sind sie eigentlich äh sind sie eigentlich aus dem Norden ja geil wie ich da jetzt drauf kommen weiß ich auch nicht wo fährt der hier hin wo kommt ihr denn her aus Altes und Liberty City und Los Santos und sie gebürtig ja san Andreas ohhhh man muss dazu sagen die Ursache warum der Kosta aus mehreren äh Orten kommt das ist so ein Reagenzglas Kind weißt du weißt du mehrere Samen äh wurden da zusammengefügt deswegen äh ist da ein bisschen 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 Unterschiede also wundern sie sich nicht wenn er manchmal Dinge ablässt die äh ich hab mal eine kurze Frage ähm ähm ja ist gut du kriegst gleich deine Tabetten alles gut meine Frage ist meine Frage ist ähm hast du äh äh dich eigentlich nochmal untersuchen lassen beim Arzt warst du letzte Woche da ich mich warum ja du du hast doch so Probleme zum Arzt zu gehen zum Arzt zu gehen hab ich Probleme ne eigentlich nicht also so stimmt ich weiß was du meinst ach klar so weinst du das ja äh ich muss dazu sagen ähm lieber Kevin äh falls du es nicht wissen also es ist ja eigentlich auch wichtig dass du das wissen weil gerade falls wir mal irgendwie einen Unfall haben oder so ja ich bin ja ein eher sehr gläubiger Mensch das merkt man mir wahrscheinlich nicht an ähm also ich bin auf jeden Fall äh von Geburt aus äh liege ich im Schoß des Herrn deswegen äh nehme ich auch muss ich sagen die Laune ist verbunden ich glaube ich glaube an die Heilung durch Gott deswegen nehme ich auch keinerlei medizinische Behandlung in Kraft und äh nehme auch keine an deswegen ähm wäre es schon wichtig wenn sie das wissen weil äh ja damit sie das den Sanitätern später falls es mal so weit kommen sollte sagen könnten dann wolle kurz mal hier warten ich gehe mal Lage checken alles klar sie haben nicht zugehört ja machen sie mal doch ich hab das zuge mitgekriegt mit dem Sanitätern dass sie keine sanitätische Behandlung haben möchten ist es eigentlich bei jedem Kevin so dass er den normalen Satz auf die Kette kriegt hey lass dich Kette in Ruhe ja gehen sie mal gucken dann wird zusammengeschrieben hä ich mag den ja das ist das der läuft denn da vorne links im Busch warum läuft da ein Polizist wo siehst du das ne da vorne links wo der grad hinläuft oh das ist kein Polizist das ist ein Typ ähm jetzt sind wir hier abgestellt worden toll guck wie wir hier drin sitzen die eine soll mich abholen die eine so ne Versicherungsvertreter und andere so ich bin bereit guck mal da geil ach du scheiße bist du hässlich ey guck dich mal an alle deine Augen sind tot einfach guck mich mal an guck mal deine Augen sind einfach tot alle hä was ist denn jetzt los ey Kosta hör auf man ja man hör auf Kosta was machen wir denn jetzt hier oh das wollte ich grad machen oh man kann Sicherheitsgurt anlegen mach ich mal kurz muss ich anschnallen bin ich doch wo fährst du hin was ich auch nicht meine Runde jetzt mach keinen Scheiß man Kevin hat uns vertraut meine Runde man kann noch ein bisschen hier umgucken oh ne wo fahr man denn jetzt hin kann man gucken ja nein man wir müssen den wir dürfen den jetzt verarschen kann man nicht rufen das ist ne Kirche alter ich hab vor der denkt wir hauen jetzt mit der Ladung ab dabei fahren wir nur ne Runde so aus der volle Maus flippen so ey warte ach du scheiße was hab vor der denn los fahr einfach mal da so rein ok also nicht in die Leute sondern einfach mal durchfahren oh 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 der Kevin spricht glaub ich mit denen ne guck mal was meinst was Nettes denkt wenn man der sieht dass wir mit seinem LKW ist ach da ist der Gerhard Schröder wieder so komm mit freut mir oh wer kommt denn nach vorne alter was ist das denn für n hä achso ist das nur so ne fahrenden Tampon alter wir müssen nicht in acht nehmen hä äh ich bin umparteisch ich bin ADACler ich bin umparteisch ich bin ADACler du hast die Parke hochgefahren man ich bin ein ich bin ein Lassen sie sich von dem nicht provozieren sie sind ein guter Mitarbeiter Dankeschön das ist ja nicht zu hören das hört man nicht oft ja schönen Tag noch ja ich ihn auch und ich ihn auch ich ihn auch cool nie provozieren guten Tag ich rede jetzt gar nicht mit dem mein Freund kommen sie aus Berlin ach so kommen sie aus Berlin Kreuzberg ne weil sie so ne Hipsterbrille auf haben ne achso sieht schön aus ne nö ach guck Papa aber halt ja ja ich muss weiter verarbeiten wir müssen auch wir müssen uns Geld holen Dennis wie viel denn ja wen wo sind sie denn hier und Costa ja 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 habt ihr 8000 mit ne aber die könnten wir uns eben kurz holen haben sie irgendwie so ein Kassenautomat oder sowas ne lasse warten wir ok ich verarbeite das kurz und dann äh gehen wir da ihr zum Verkaufern nein die Herren hören sie bitte auch mit uns zu sprechen sie haben sie haben warte was warte mal dann sind sie selber schon wenn die in Fürth sind ne ich sag mal ne dann sag doch mal die haben ein schwarzer Hunter fett hier lang und der nimmt Leute mit ich wollte schon den Fürth wurde dann von den aliens oder was jetzt kommt die 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 schenk ich euch ja eine Runde Müllerer für mich ja ok wie zeigt man eigentlich immer mit dem Finger wie machen die das das geht bei mir gar nicht auf was macht der da im Helm mit Boxen was ist jetzt los das könnt ihr alles sagen was macht der denn da hinten Alter wo Gerhard Schröder macht da der macht da Offroad der 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 bunny hat mir die Schlüssel für die Hammet Box gegeben WTF hä warum kriege ich jetzt Geld ne kann ich ja mit fahren der Hammet Box der Hammet Box ja lol ich hab m' Auto yeah wtf ich hab m'Auto Curry guck mal eh hg sitzt ihr im Auto ich fahr mit nem Hammet wo bist du Curry ja guck mal komm steig aus du Arsch ich kann nicht aussteigen hören sie mal sie müssen wir nicht beleidigen ja wenn sie nur einmal stehen was ist passiert umgefahren costa costa geht es hier gut hallo polizei der war da hinten bleiben sie mal stehen was ist denn hier hören sie doch auf hallo warum sind sie wahnsinnig hauen sie ab hier ist einer tot was sind sie denn vor allem mensch weg vom koffer weg vom koffer ich will polizei einmal mit der polizei rufen wie machen wir das sind sie denn bescheuert du musst auf den koffer aufpassen alter sie sind einfach sie haben einfach meinen freund überfahren bleiben sie hier ich habe die polizei habe ihr kennzeichen wo kann ich die polizei gehen sie weg lassen sie den koffer nur gehen sie weg nix der hat die mut einer bein sieht aber nicht gesund aus dann beides auf dem hinterkopf ich bin doch gar nicht tot also wer ist das was passiert der kevin ist das der teckel ja der teckel das ist der teckel mann und einfach überfahren ruf mal ruf mal notarzt schnell ich rufe notarzt mach ruf an wie geht das geht das curry hilfe ich habe notarzt und feuerwehr gerufen mann polizei und feuerwehr ich hoffe da kommt jetzt was scheiße teckel okay ich muss mal kurz ich muss mal kurz den wagen zur seite fahren bleiben sie bloß vom koffer weg weg da weg da bleiben da ist unser freund teckel der wurde kalt blutig überfahren nee 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 der mann hat fahrerflucht begangen scheiße mann gibt's doch nicht alter das läuft nach hinten und wir haben wieder schuld weißt das sind typisch die deutschen immer immer die anderen da oben sieht auch mal bitte die polizei und krankenwagen sanitäter unser freund hier der kann gucken sie mal das bein an wie das da hinten am rücken ach du scheiße der ist ohnmächtig der braucht dringend hilfe der kann doch nicht hier einfach so liegen gelassen werden kann nicht sein bitte sind atm in der nähe oder soll kommen sie mal ja kommen sie mal ja der gerade hilfe rufen wollte kommen sie mal ja kommen sie mal ja bitte irgendeiner da kommt kommt was glaubt da kommt jemand ja da ist der sanitäter ja das ist der sanitäter kevin halt durch halt durch meine ja nicht können sie wir sieben tausend leihen ich muss was einreichen dringend hier soll die täter hier wie mein name ist kostak und alles kostak und alles und der sanitäter kommt man dann die täter hier schnell 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 hilfe unser guter freund der wurde einfach mal fahren er ist kurz vorm tod machen sie schon erledigt wenn ich in der stadt bin oder so machen sie schnell nicht ja mal mit online banken das überweise nenne ich schon okay alles gut schon gut bitte helfen sie unseren freund bitte es sieht nicht gut aus sie sieht wirklich nicht gut aus nein nein bitte bitte er muss das ist doch der tag guck mal ey der hat sogar hier so sachen alter wie krass ist das denn er muss uns guck mal der hat so Bandagen und alles bitte geben sie nicht auf bitte sir bitte helfen sie ihm bitte geben sie nicht auf bitte das ist doch tag kevin bitte kevin du lebst du lebst er ist wieder er sich selber kein problem vielen dank der doktor prügelpeitsch vielen dank vielen dank gerne 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 sir aber wir haben die polizei gerufen wo ist sie denn keine Ahnung die müssen hier unbedingt einen Tatbestand aufnehmen du mal den Hammett von dahinten den mit dem container drauf ok ich hole ihn du hast doch nicht Kosta du Affe stell ihn mal hier vorne du hast die Schlüssel doch gar nicht na klar ach echt dann zeig mir mal dass du die Schlüssel hast ja guck mal jetzt pass auf hier ja 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 hallo ey fangen sie gar keine rumgeschäfte ja also wir haben wir ich habe die Schlüssel für den Hammett ja warum ich kann dann die Einstein Curry was soll man denn mit dem Hammett jetzt machen Kevin ich weiß nicht also kriege ich den kriege ich den also ich hab den Hammett ich hab die Schlüssel für den Hammett ne ich auch ich auch ja also das ist jetzt meiner der hat zuerst gesagt hey hey die läuft der noch ok der Medic haut ab ok ey verkaufen sie mal weiter wir müssen den behalten alter wir brauchen den umringen hier äh hat einer von euch noch Kupfererz ja ich kann ich ihn geben kommen sie ja daran auf Keule alles in den Lkw rein ok ok mach ich tschüss könnt ihr bleibt da drin nicht aussteigen ja 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 guck mal hier das Jaguar Auto wieder ne guck das ist von denen wir haben ja noch Kupfer dabei ja ja wir sind ja grad dabei aber dumm dass die Polizei einfach nicht kommt ne sind doch schon angerufen ne ich glaub die haben besseres zu tun anscheinend was machst du denn jetzt gerade äh das Kupfer in den Lkw hab ich ist alles drin ja war das doch traurig wie kann man eigentlich die Polizei rufen Curry wie mach ich das was muss oben auf sein äh auf Telefon ne ja ja geh hoch ist Kevin da drin ok ist da drin Kevin ey Mann ja Kevin ist wegen der Kollege der da in Hammett sitzt ja was kostet so ein Ding äh ich glaub 1,8 guck der da drin sitzt so das ist meins da will ich aussteigern und dann holt er sich den Direkten ja der bleibt drin was du bezahlt hast also ich glaub 25% davon oh man oh man oh man oh man aber ey wir haben guten Einstieg hier auf jeden Fall ja nö wir machen jetzt gut Geld wir kaufen hör mal mein lieber kannst du dir mal sagen gehen dass der von unserem Auto weg gehen soll Sir bitte gehen sie doch mal von dem Auto weg das kriegen sie doch nicht ja ist ok finden sie sich damit ab ja können sie doch mal kurz angucken ziehen sie die Hose runter schleudern sie sich ein und haben sie wieder ab ist das ne Idee Patrick Heino ja 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 nehmt einer mal kurz Kupferbahn aus unserem LKW mach ich dass ich gerade einladen das ist äh Kevin was ein schöner Tag auf Tranoa nervig ist selber seinen Namen immer zu rufen der hört mich nicht alter der hört mich nicht alter scheiße Mann ne du musst den Fahrzeug Channel ändern Chloé ne der sitzt ja gar nicht drin der sieht ja gar nicht schön und gut aus hier wie Trucks ja wer will der Hamlet ist der teuerste was kann ich denn nehmen ich nehme mal 25 ja ich glaube 2 Millionen ne warte mal dafür ne Lade Lade Raum von 1000 ach du Highland ja also seitdem kannst du Hefe machen und machst knapp 4 Millionen mit 4 ja mit dem Hubschrauber mit 4 Personen den Lade Raum von 400 machst du äh 2,2 ich freue mich davon alles klar naja ich habe 829.000 wie kann ich tunneln man kann nicht tunen ne ich hole mal die Karte an gerade hab ich Sir hab ich hab die Barren im Rucksack ok entferne dich mal kurz ich will mal hier in den Hamlet reingucken ja 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 aber es ok oh guck mal jetzt haut der mit seinem kleinen Auto ab der hat das ist so krass ne der hat die Chance so ein riesen Ding zu kriegen eine Sekunde zu spät und weg ist es was ist eigentlich das da hinten für einer? voll der Super Ranger da hinten dieses Ding kostet 2 Millionen hat er gesagt ne kann man denn verkaufen? ne ja weiß ich gar nicht denk an essen und trinken ne ja ja alles gut wobei jetzt wo du sagst ey trinke ich mal kurz was ne ja wo ist denn das hier Inventar vor allem wenn du vier sich isst ändert das gar nix obwohl du da ist wollt ihr in eine Gruppe was ist ne Gruppe? ja Gruppe halt also ne Gang ja gerne ey ich bin immer gerne Gangs oh shit das hätt ich nicht machen dürfen jetzt man was hast du gemacht? ich hab raus getappt ey oh nein ah ich bin wieder drin ich bin in irgendeine Gruppe Curry der macht mir voll Angst man der steht die ganze Zeit und wartet nur darauf dass der reinkommt so keine Sorge der wird nicht aussteigen sie brauchen sich gar keine Sorgen machen dieses Fahrzeug ist vergeben ja wir wissen ich hab sowieso da ja keine Schlüsse für ja wir wissen aber was sie vorhaben sie brauchen mir nix erzählen lassen sie doch gut sein und hauen sie doch einfach ab moin ok wie sieht es denn aus grad hier? ich will ihn nicht verarbeiten warum? der sieht so zufrieden aus dieser Mann gucken sie sich das an das Ding ist ich hab ich hab jetzt hier ein Hemet aber ich kann hier nicht aussteigen weil wenn ich hier aussteige dann nimmt der den der fährt doch jetzt gar weg warte warte das ist ein Manöver no Curry warte äh du kannst auch aus warte ihr könnt auch aussteigen und dann kannst du auf U das ganze Ding abschließen ja ja aber der hat ja auch den Schlüssel dafür dafür ach so ja dann würde ich dir empfehlen du drehst einmal und dann fährst du ein Stück weiter weg ich fahr mit boah geil man guck mal ein da sollen wir den jetzt verstecken oder was? komm wir gehen ihn verstecken ja komm wir gehen ihn verstecken da wir gehen uah wir gehen ihn wir gehen ihn Untertitelung des ZDF, 2020